Eine Frau sah einen Müllsack auf der Straße und ihr Herz brach zusammen, als sie hineinschaute. Was glaubst du es in dem Müllsack? Das werden wir gleich herausfinden, also bleibe unbedingt bis zum Ende dran. Es gibt einige Leute, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und genau das ist mit Melissa Sgt. Lewis passiert. Melissa arbeitete an einer Grundschule in Kentucky und wie jede Mutter von zwei Kindern kann es sehr schwierig sein, jeden Tag pünktlich aus dem Haus zu kommen. An diesem Tag war Melissa spät dran und einer ihrer Söhne konnte seinen Rucksack nicht finden. Der andere suchte sogar noch seine Turnschuhe. Als sie durch das Haus eilte, um ihre Jungs fertig zu machen, hätte sie nicht gedacht, dass ihre Unpünktlichkeit ein Leben retten würde. Nachdem sie ihre Jungs an der Schule abgesetzt hatte, versuchte sie so schnell wie möglich zur Arbeit zu kommen. Sie beschloss eine Abkürzung zu nehmen, die sie entlang der Nebenstraßen von Kentucky führte. Während der Fahrt näherte sie sich einem Müllsack. Normalerweise wäre das nicht sonderlich interessant, aber dieser Müllsack bewegte sich. Sie hielt neben dem Sack an und sie wusste, dass in der Tüte etwas Lebendiges war. Wenn sie nicht anhielt, wäre es wahrscheinlich gestorben. Sie vergaßt, dass sie zu spät zur Arbeit kommen würde und schnappte sich einfach mal ihr Handy. Sie wollte ein Video machen, was passierte. Als sie sich dem bewegenden Sack näherte, war sie ein wenig erschrocken. Offensichtlich wusste sie nicht, was in der Tasche sein würde, also hatte sie ein wenig Angst. Es könnte ja schließlich ein Tier sein, was sie angreifen könnte. Sie ging langsam an den Müllsack, riss ihn auf und was sie darin sah, brachte sie zum Weinen. In der Tüte war ein entzückend kleiner Welpe. Er war sehr lebhaft und sehr anhänglich. Als er Melissa sah, begann er mit dem Schwanz zu wedeln und herumzuspringen. Als sie ihn aufhob, begann er ihr Gesicht zu lecken. Er ließ sie wissen, wie dankbar er war, dass er gefunden wurde. Der Welpe trug ein Halsband, das Melissa zeigte, dass er einmal jemandem gehört hatte. Leider stand auf dem Halsband keine Adresse oder sonst was. Melissa konnte diesen kleinen Welpen nicht guten Wissens einfach am Straßenrand zurücklassen. Der kleine Hund würde nämlich alleine auf gar keinen Fall überleben. Wenn sie ihn alleine am Straßenrand zurücklassen würde, wäre sie genauso schlimm wie die Person, die ihn dort abgesetzt hatte. Also packte sie den Welpen in ihr Auto und nahm ihn mit zur Arbeit. Als die Schule an diesem Tag aus war, holte Melissa ihre beiden Söhne ab und stellte ihnen den kleinen Welpen vor. Sie war besorgt um die Gesundheit des Welpens. Um sicherzugehen, dass er gesund war, brachte sie ihn sogar noch zum Tierarzt. Der sagte ihr, dass der Welpe nicht älter als acht Wochen sei. Nach der Untersuchung gab der Tierarzt dem Welpen die wichtigsten Impfungen und Melissa nahm ihn mit nach Hause. Sie fragte sich, wie der Welpe an den Straßenrand gekommen war. Sie wollte es nämlich unbedingt wissen. Irgendjemand hat ihn wahrscheinlich von zu Hause mitgenommen und dort einfach abgestellt. Bleibt aber jetzt unbedingt nochmal dran. Es müssen grausame Besitzer gewesen sein, dachte sich Melissa. Später am Abend postete sie ein Bild des Welpen im Internet. Zusammen mit dem Foto fügte sie eine Bildunterschrift ein, die lautete, wenn dies ihr Welpe ist, lassen sie mich wissen, ob sie der Schurke sind, der ihn in einen Müllsack steckte und ihn an den Straßenrand warf. Nachdem Melissa ihr Foto veröffentlicht hatte, kontaktierte sie das Veterinäramt. Die Behörden wollten wissen, wer so etwas einem so kleinen Tier antun würde. Doch leider waren die Chancen, den Täter zu finden, gering bis gar nicht vorhanden. Melissa und ihre Söhne beschlossen, den Welpen zu behalten und ihn zu einem Mitglied ihrer Familie zu machen. Sie nannten ihn Hefti, da sie ihn in einem Müllsack gefunden hat. Nachdem Hefti ein paar Wochen im Haus war, postete sie ein Video von dem Welpen mit der Bildunterschrift Er ist verspielt. Er tobt herum und spielt mit neuen Spielzeugen. An einem Tag nahm sie ihn sogar mit in die Schule. Dort besuchte sie die Lehrerin Miss Kelly, die eine große Tierliebhaberin ist. Ihre zweite Klasse liebte den Hund. Naja, er hat echt Glück gehabt, dass Melissa vorbeigefahren ist und ihn gefunden hat. Hätte sie den kleinen Kerl nicht gefunden, hätte er es vielleicht nicht alleine geschafft. Aber dank Melissa und ihren Jungs hat Hefti ein tolles Zuhause, wo er geliebt wird. Melissa sagt, dass Hefti genauso viel für ihre Familie getan hat, wie sie für ihn. Sie sagte auch, dass er Liebe und Glück in ihr Haus gebracht hat und das Familienleben verbessert hat. Schau dir unbedingt noch diese emotionale Geschichte von einer Frau an, die einen Welpen aufzog, ohne zu wissen, wozu er fähig war.